Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge TTT. Zusammen mit Dalu Grenz, Maru, Fisk, Flocke, Julie, Kapuze, Kunbrand, Nils, TauTau, X-Lea, V-Pain und der Katze. Hallo! Ja, hallo. Ihr habt's gehört, da hat jemand gerade eingeatmet, da hat jemand erschossen am Anfang. Hättest du nichts gewählt? Ich bimst. Hey, das ist, oh Gott, items, items, ich hab nur noch 15, items, der hat mich auf 15 runtergeschossen. Was? Ja, wo ist der Dete? Ich bin auf die Maus gekommen, ey. Ja, war ich da gerade runtergefallen mit 30 Sekunden vor dir? Wo ist der Dete? Nein, hier ist ne Leiche. Der war Jackal, deswegen, Leute. Ja, ja. Deswegen hat er das behauptet. Ding war Jackal, Leute. Was? Wer ist ein Ding? Grenz, Grenz war Jackal. Der, der mich so runtergeballert hat. Was ist das jetzt mit dem Dete? Ich hab mich nur gewehrt. Okay, gut. Die Leichen sind jetzt an Steuerbord. Oh, ich erwachs, das ist einfach so, Rentsch. Was erschreckst du dich denn? Warum begegnen uns eigentlich die ganze Zeit? Warum sind die Leichen weggetragen worden? Ich don't know. Hier ist doch immer noch Grenz, hier, da. Wir trinken hier. Aber da, wo die Leiche gekrollt wurde, ist woanders. Aber ich glaub, die Leiche müsste vielleicht noch leer sein. Der trinkt sie wieder an der normalen Position. Der wird noch ein Költer. Das ist alles Kacke hier. Ich bin doch nicht... Weiß es, Grenz. Nein, ich hab den nicht geschaut. Nein, da oben. Ich hätte jetzt gesagt, es soll... Ich hätte jetzt gesagt, es soll Nils sein. Weil ich gegen Grenz gekämpft hat, der Dschakal war. Ich bin hier die ganze Zeit. Hört, hört. Ich mach das auch die ganze Zeit. Hier läuft einer mit Schneeband. Was? Warte mal, Kale. Da kam eine im Auge. Oh, eine Hochzeit. Hochzeit? Gott, hier ist jetzt solche... Was ist das jetzt? Ich nehme an, die Fates haben geregelt. Unglaublich. Was haben wir? Warum hab ich eine Taube gerade... Was? Du, die hat eine Taube. Lauf zu schießen. Au. Flocke, der Toppenhunter. Kapuze. Flocke ist tot, wenn Hunter... Ja, okay. Er hat mich geschossen, ich konfieren mal. Okay. Er war zwei Tor. Pain. Pain ist es auch? Ha, eine hätte es ja wohl treffen können, Mann. Mann, was da... Oh, hey, yo, yo. Pain ist ober auf dem Schiff. Wo ist der? Er ist runtergekriegt. Loll, als Obdien. Da. Bei fünf Leuten hat man da echt Probleme mit, sich alles zu merken, die da stehen. Wer war der Todesengel? Dieses Scheiß-Messer. Ich bin ein Träger. Hättest du dich, die Mensch-Hörer von Pain mitnehmen können? Tata, weißt du, warum du gestorben bist, Tata? Ja, weil Maru dich erschossen hat. Richtig. Ein verräter Maru. Mir ist so ein richtig schöner... Ein verräter Freund. Wie findest du das? Direkt am Anfang. Direkt. Es wurden die Rollen, Alter. Zack. Hast du's gesehen? Ich hab dir meine Poison-Gang gezeigt. Ich dachte, ich zeig's dir. Ich dachte, das war eine Diegel. Nein, das war eine Poison-Gang. Wie? 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 Rebell kaputt. Ja, aber in Tata, dann trau ich das zu, dass er mitspielt. Ja, er hat's nicht mehr erkannt. Der tut so, als würde es nicht mehr killen. Ey, der tut ja nur so. Der hat das schon erkannt. Aber ich vertraue ihm. Ich hab ihn vertraut, dass er nicht Blödsinn macht. Tata, geil? Gell? Freunde fürs Leben, geil? Das ist der Freunde fürs Immer, Freunde fürs Immer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es geht so schief, es geht so schief. Aber es ist eigentlich so schief. Ich glaub, der kann es sein, dass du mal den Fall schiefst. Hey, Vlogger, Freunde fürs Leben, geil? Und ein bisschen mehr. Ding ist gerade gestorben. Was? Nein, ich lebe. Nein, nicht Payne, sondern Ding, Grants. Du bist so schön gegen die Reden gelaufen. Mal gucken, was da los ist. Ja, genau. Nein, er hat auch kurzzeitig keine Waffe. Eben, ganz genau. Doch, 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 Dalo hat da recht. Nein, das hat euch deine Waffe. Dass du überhaupt Dalo noch traust, ey. Hä, das war ich. Aber ich hab's doch auch gesehen. Ich hab's gesehen. Dass die Nachbar hat. Nein, wenn du tötest, du Dalo, versprenzen. Den Grants gelogen, ich bin nicht verbunden. Oh, oh, oh. Nein, das meine ich nicht. Er soll dich dann töten, wenn ich inno bin. Ey, Fizz. Das war ich nicht, ich das Kapuz hat geschossen. Ich hab nicht mal die Waffe. Ich mach' einen One-Shot an Kapuz. Ich hab nicht mal die Waffe. Nein, 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 nein. Grants ist hochgradig verdächtig auf jeden Fall. Kombo-Lader. Oh, bist du. Oh. Hey, wer hat die Granate geworfen? Fizz? Du. Du hast die Granate geworfen. Oh. Grants ist nicht tot. Wer ist jetzt gestorben da unten? Dalo ist gestorben, ey. Weil er sich gehabst hat. Hehehe. Deiner Kombo, ey. Grants kill. Du kannst ihn mal beleben, Tato. Du bist immer nicht der Einzige, der Kunran gerufen hat. Nein, nicht Dalo wieder beleben. Der will wieder gehen. Doch, klar. Was hast du gerufen? Man, wieder beleben. Geh weg. Kapuze. Weg da. Warte, kann ich die Credits haben? Kannst gar nichts haben. Geh weg. Was macht ihr mit wem? Fizz, wenn du wieder belebst, türe ich dich. Julie. Ich weiß. Kann mich wer von Grants beschützen? Hilfe. Hey. Anscheinend nicht. Ich bin dein bester Freund eigentlich. Du nicht. Hey. Flogge. Da kommt einer zu dir. Julie kommt zu dir. Hä? Ey, wenn Fizz gleich tot ist, Julie. Was hab ich? Oh, oh. Flogge ist gerade ungeflogen. Was soll das? Ich weiß aber nicht warum. Hör doch mal auf, ob ich zu schießen. Du hast einen Blutfleck an dir. Ja und? Das ist doch... Mitten im Gesicht. Ja, hör doch mal auf. Was soll das? Julie ist ungeflogen. Es ist Julie und Nils. So funktioniert das. Jetzt reicht. Ja, ist gut. Danke. Die Flogge ist ungeflogen wie ein Stück Holz. Ich weiß noch nicht. Kondran. Kapuze, wo bist du? Wer ist es denn? Julie, gell? Slow clap. Jetzt. Kapuze. Ja, ich hab die Julie grad gekillt. Okay. Confirm mal bitte. Ja, dann mach du doch. Okay. Oh, ich hab einen Boomerang. Willst du den haben? Boomerang. Ich hab noch nicht auf mich. Das wär ganz cool. Aber sonst... Nö, nö, nö. Kein Problem. NOL! Den, 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 den. Ich bin ein Biest. Da ist ein Shinigami unterwegs. Are you kidding me? Yes. Ich dachte, das wär ne Disco gewesen, leider. Ich hab sogar noch Second Chance. War ich der Einzige? Ich dachte, du schiebst mit Absicht dann nicht. Ich versteh nicht. Das gehört alle nicht zu, Maru. Das ist das Problem daran. Das hat auch nix mit Zuhören zu tun. Andere Leute erleben eine andere Story und interessieren sich. Der hat vielleicht auch nicht dafür, was auf der anderen Seite passiert. Aber, aber, was hast du gesagt? Fisk? Fisk? Fisk oder Pain? Da geht's nicht sein, Juli. Kein Eingang für dich. Ah, das erledigt nächstes Mal. Du bist ein Feind. Du musst auch immer bedenken. Ich wollte dich nicht tönen. Ach so. Ist das kein Beweis. Glaub nicht, wenn man dreimal die Leiche... Ich hab's ja auch einfach mal so was Jux und Doloresen sagen. Weil Grants war's ja auch die ganze Zeit. Aber wenn man die Leiche findet, die es gerufen hat... Ja, das war dann nicht immer noch falsch. Jux und Doloresen. So, Neil, zum Beispiel, wenn ich jetzt sag, ich kill Tauter, wenn es später... Was ist mit dir passiert? Was? Äh, ich war mit Fisk im Deathgrade. Aber hab's nicht gemacht. Also bin ich's. Ja, das war ein bisschen blöd. Dann bist du's. Dann seid ihr's beide. Nein. Ich würd's den getötet, wenn ihr beide getötet habt. Das weißt du, wenn ich das sag. Ich würd's den getötet, wenn du Eno gewesen wärst. Ich möchte jetzt einmal diese Coffee Cop, äh... One-Shot? Ah, shit. Bist du wahnsinnig? Was denn? Also ich denk, ich hab Grants überflogen. Ich glaube, Pain, Pain ist Traitor. Ey, warte mal, hast du mich grad auf... Du hast... Oh, ich bin zu einer Kapuze getötet von mir. Kapuze hat einen... Kapuze. Leute, was falsch ist mir da. Er hat ja nicht mehr so viel und du bist auf seinen Kopf gefallen. Oh, nein. Nimm mal ab, Junge, ey. Bist du böse? 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 Ey, Kapuze hast du mit der Diegel gerade gefassen? Ja, aber nicht auf dich. Ich wollte nur die Fenster schicken. Tau, Tau. Oh, da unten ist... Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Oh, nein. Achso, Alex ist... Der liegt ja. Tau, Tau ist wieder da. Alex ist auch... War das Baby? Wo ist das da? Was ist das? War das Baby rausgepresst? Nein, habe ich nicht. Das hätte ich gemerkt. Nils ist tot, Nils ist tot. Meinst du? Ja, schon länger. Das hätte ich gemerkt. Nee, weil der Garlow hat gefragt. Ja, weil Alex... Habt ihr zugehört? Ja, es ist Tau, Tau. Nein. Flock ist es. Ich frag nur. Ja, genau. Ich bin Dete. Und der Grants. Hebe! Pain ist es. Was? Was? Wo gehen wir hin? Hä? Das war der Grants, das war der Grants. Wo ist der denn? Ich will das auf jeden Fall noch machen. Grants hat dir auf die Füße geschossen, Pain. Wie erschießt ihr denn auch? Okay. Äh, lassen wir uns rein. Okay. Ah, ich bin unvergiftet. Okay. Maru ist es. Mit dir kann man sowas machen. Warum? Warte, stopp, stopp. Ist Maru wirklich? Ja, ist er doch. Nee, wo ist's mal, ey. Ich hab's gesehen. Ach komm. Holy shit, ey. Was ist hier passiert? Was ist hier denn hier? Warte, ich muss nur aufpassen, ob er hoch geht. Nee, hoch geht. Das ist richtig. Wo bist du Kunde? Ähm, hinten. Kannst du mir noch einmal freundlich einen Klaps geben, bevor ich... Okay, komm kurz. Leise, leise. Weil du mich gerecht hast. Ich Hunger. Juli ist uns doch besser noch lebt. Wahrscheinlich. Hey. Okay. Hey, nein, das ist nicht cool. Also wenn ihr Juli noch siehst, Flocke, dann auf sie schießen. Äh, ja, ich wollte gerade schauen, ob ich weiß, von wo. Bitte nicht. Ist das schon dick? Hallo? Hast du was zum Heilen? Oha! Was ist das? Was ist das? Fist. 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 Fist kommt. Hier oben. Ja. Hatte eine... Das ist wie die Tierartbombe. Das wusste ich nicht. Hast du mit Absicht nicht gekillt? Sobald jemand vergeht, schieße ich einfach automatisch. Natürlich habe ich dich nicht mit Absicht gekillt. Warum nicht? Weil ich weiß, dass du nicht Traitor warst. Du weißt das? Ja, im Trend steht, wer Traitor ist. Ach so, okay. Deswegen habe ich dir das Payne weggenommen, bevor ich dich kippe. Ja, war ich. Er hat mich nicht gekillt. Nein, was war ich? Und deswegen habe ich euch schnell gesucht. Sander, du hast mir geholfen. Sehr nett, sehr nett. Dankeschön, den Fieber. Payne, sorry, wegen dem Random Kill. Sander, die hat mich gekillt. Mein Kill war random. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, weil ich war eigentlich full live. Vielleicht war es der Lift. Ja, weil du den Polkenspiel. Hab ich nicht. Oft. Das ist doch bei mir auch so, Maru. Wenn ich jetzt nicht gerade vergiftet worden wäre, wäre ich wieder gestorben. Wahrscheinlich, ja. Da muss er jetzt erstmal dein E-Mail. Hättest du dich geschossen danach, Maru. Hättest du dich weiter geschossen. Der Schneeball ist ja so Grand-Fatting. Oh, ich habe kein Ding. Genau so wie der Jetpack. Grand-Fatting ist eigentlich gefolgt. Ja, bei ihr einfach nicht, dass ein Jetpack mit mir geht. Entschuldigung, was willst du, Flocking? Ich springe. Was? Ich wollte es selber. Geh weg. Oh, Kapuze. Kapuze, komm her. Wir müssen das jetzt rächen. Ich bin ein Detektiv. Ich darf deinen Fußnagel wegschieben. Ich bleib stehen, ich bleib stehen doch. Du hast mir 50 weggemacht. Julis Kosmetikstudio. Geht gleich. Du bist ein Mäge von Fondofüße. Wer kommt von dem, Juli, das ist hier. Das ist gut sein. Jetzt halt doch still, Kapuze. Hey, Juli ist... Das war richtig übertrieben. Das war richtig übertrieben. Das war viel zu übertrieben. Das war viel zu übertrieben. Oh, das tut mir jetzt leid, wenn er es nicht isst. Aber es ist Kunt dran. Wer war's? Wer war's? Oh, er war ja hochgegangen, oder was? Rob hat einen Nils gekriegt. Hey, was geht ab da, oder? Pain ist es. Du wirst verliert, oder? Komm, Alex. Komm, Alex. Nein, er hat ihn doch gerade erschossen. Was? Da, hier, Mitte Schiff. Oh, Mitte... Friends! Fisk! 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 Ich bin vergiftet worden! Kapuze! Guck auf dein Bildschirm! Ja, ach nee! Ja, ach nee! Leute! Wo denn? So, also, Grant is es! Grant is es! Grant is es! Der Grant is es? Grant is es! Hey! Du bist ja auf dem Falzen! Was war das denn? Grant is es! Er hat mich vollgekillt! Moment, es lebt doch dann nur noch Alex und Maru! Einer von den beiden muss... Nein, Grant lebt auch noch! Danke Shinigami! Ich war der einzige, der nur da übrig ist! Ja, er hat mich auch angegriffen! Leute, ich hab jetzt noch 8 AP! Alex oder Maru! Einer von... Maru ist tot! Ich lebe mehr Leute! Fisk! Fisk lebt auch noch! Fisk! Fisk! Ja, dann geh ich weg! Tschüss! Hallo! Wer ist es denn jetzt? Der hier! Ach ich doch auch nicht! Also Grant is es leider überhaupt nicht! Ich bin über dir! Ich bin safe! Oh! Du hättest mich schon längst abgeschossen! Ja, ja! Ich hätt dich abschließen können! Fisk liegt da hinten rechts noch! Hinten rechts? Ich mach ihn weg! Nee, bleib hier! Ich bin aber ein Kämpfer! Ich hab aber nichts! Oh! Ich bin über dir! Nee, das ist ein Deter! Links! Dalu! Fisk da am Ende! Dalu ist da oben! Ist Dalu oben! Kann doch Fisk oder Dalu sein? Dann ist es Dalu! Dalu muss es doch sein! Dalu hältst immer Leute gerne aufeinander! Darf Dalu überhaupt reden? Eben! Dalu! Doch! Dalu! Ah, okay! Also ist es Dalu! Dalu ist es! Klar ist es Dalu! Geh weg! Ich will nicht zu dir! Geh weg! Dann schieß sie doch ab jetzt! Nee, ich geh jetzt einfach von dir weg! Ich trau mich an, ich will keinen Fehler machen! Ich hab Angst! Der wurde vergiftet und ist halt wieder gelebt worden anscheinend! Eben! Eben! Kundran! Aber von wem? Er würde es ja sagen! Kundran! Aber Kundran, das Problem ist, wenn Dalu nicht mehr am Leben ist, aber Kundran ist doch schon confirmed down! Fuck! Ja! Ey, okay! Das war Fisk! Okay! Ich schieß jetzt alle ab! Aber dir ist bewusst, dass du nie gestorben bist? Oder? Fisk! Fisk! Jetzt komm her! Kapuze! Was? Der stumme Dalu hat uns hier gerade... Er schießt auf mich! Wo ist er? Dann sag mir doch wo er ist! Du bist ein richtiger Penner! Wieso ich? Hast du deinen Freund gefunden? Meinen Lieblingsfreund, den Alexander! Ich call dich! Hier ist einer gestorben! Der ist tot! Ich hab dich gecallt! Danke! Oh man! Ist das the final battle dahinten? Ist das das schon? Ja! Warte mal! Warte mal! Okay, gib mir eine bissl Preparing Zeit! Ja! Bereit! Hast du trainiert? Ich bin richtig bereit! Du bist doch schon am Weg! Ich bin an der Leiche! Wenn du jetzt nicht herkommst, belebe ich einen Trader wieder! Du bist bitte nicht! Dann komm her! Okay! Ich verarsche kaputt! Nee! Are you fucking kidding me?! Das ist doch! Ich hab den Doofen nichts belebt und der war einfach! Ich hab grad nichts gedrückt und hab trotzdem... Messert man automatisch als Shinigami oder war das ein Bug bei mir jetzt gerade? Ich hab zwei Inden angestochen, ja! Ja, es ist mir auch klar, dass das was war und die würde ich natürlich auch nicht anstechen, aber ich hab's immer zwischendurch immer in so einem regelmäßigen Rhythmus gemessert! Vielleicht warst du im Kampfrausch! Ja, nein! Ich hab mich auch immer rausgehalten! Leute, aber wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und schreibt mir einfach vorbei! Bis dann, macht's gut! Ciao! The Ukraine's up!